Wieso können wir nichts nutzen? Kommen wir jetzt nicht her? Wir dürfen hier gar nichts benutzen. So. F1 vorher. Nein. Das war vielleicht keine so gute Idee, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nein. Allerdings kommen wir hier nicht vorbei. Nein. Super. Ah. Ich glaube wir sind sogar tatsächlich ein... Ja. Wir sind einen zu tief gegangen. Wir müssen... Das muss in der anderen Seite drin sein. Oder... Gibt es hier noch hier irgendwas in den Raum, den ich bisher noch nicht gefunden habe? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. nicht ohne. Wie ist das mit dem Auto? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der geht noch nicht. Also ich kann es nicht. Da ist ein wenig. Nikita-Lonscher. So, erster. Zweiter. Dritter. Weiter geht's. Wartet. Das ist Level 6. Ja, perfekt. So, das ist Level 3. Das ist Level 3. Bevor das Ding mich sieht. Und das ist Level 4. Okay. Hier haben wir scheinbar wirklich alles gesehen. Wir müssen also tatsächlich... ...den ganzen Weg zurücklaufen. Spaß. Tatsächlich. Wie... So, erstes Basement. Zack, speichern. So. Ich frage mich... Wie man, wenn dieser Typ jetzt an mir vorbeikommt... ...wie man durch diese scheiß Hangartür da kommt. Oder... Wo sind wir reinkommen? Wir sind durch diese scheiß Hangartür reingekommen, oder? Ich meine, wir müssten da reingekommen sein. Komm, er sieht mich nicht. Perfekt. So. Wir müssen durchkriechen. Wir müssen doch einfach nur durchkriechen. Speichern. So. Weiter. Also, ich finde, ähm... Ja, Meryl in der Zeit... Oh. Gut, dass wir gespeichert haben. Sehr gut, dass wir gespeichert haben. Äh... So, und jetzt holen wir uns nämlich nochmal Leben. Zack. Jetzt können wir nochmal speichern. Jetzt können wir nochmal speichern. Jetzt haben wir nämlich auch alles. Ah ja, wir brauchen ja die ID-Card. Natürlich. So. Äh... Rocket Lancer. Ups, daneben. Ja, hier sollten wir vielleicht... ...einen... ...meinen Detektor nehmen. Der wäre vielleicht ganz klug. ... Hier können wir ganz außen... Nein. Doch. Wir können ganz außen dann vorbei. Wir holen uns hier wieder die ID-Card. Laufen dann komplett rein. Metal Gear Solid. Ich hasse dich dafür, dass ich den ganzen... Oh, scheiße. Äh... Thermal-Goggles. Oh. Äh... Zieh mal die Thermal-Goggles aus. ... ... ... ... ... ... ... Ups, F3. Nein! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. F3 nochmal. Ja, das war natürlich ein Fehler. So. Ein bisschen Leben. Dann laufen wir einmal hier rum. Hier rein. Ja, haben wir nicht gesehen. Das ist natürlich schlecht. Dann muss ich eben auf alle warten. Und alle so abschießen. Na? Fehlt hier noch eine? Kommt. Ihr habt doch bestimmt noch einen Mann übrig. Nein? Ich bin überrascht. Second Floor Basement. Ich meine, das wäre Second Floor gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da unten noch nicht... Oh. ...nicht alle offen hatten. Der kommt nicht zu mir. Nein, der kommt nicht zu mir. Das ist super. So. Oh, wir brauchen ja die Karte. So. Fahren wir unser Thermal. Da. Okay. Hier war das nicht. Hier war das nicht. Boah, war das knapp. Speichern. So. Na, komm raus. Lauf eine Etage nach unten. Guck hier rein. Thermal Generatoren. Na? Na? Okay. War auch natürlich das Falsche. Sollte der Typ natürlich weggehen, bevor wir hier wieder rausgehen. Na, geh schön nach oben. Feiner Tupi. So. Thermal. Natürlich war das auch die falsche Tür. Hm. Oh. Hier sollte man vielleicht... Das war jetzt natürlich... ...richtig... ...klug. Ich konnte noch nicht mal schießen, so scheiße war ich. Äh. Ich kipp lieber auf County. Jetzt weiß ich zumindest auch, wo ich... ...zu schnell hinlaufen... ...muss. Jetzt weiß ich zumindest auch, wo ich... ...wieso konnte ich nicht auf diesen Typen schießen? Wieso bin ich... Ja, ist ja gut. Das kann nur nicht wahr sein, dass ich wieder einfach mal am Versagen bin. So. Zack. Durchlaufen. Hier durch. So. F1. Speichern. Karte. Speichern. Jetzt aber. Durchlaufen. Nein, ich warte am besten, bis er auf die andere Seite geht. Und der Typ dann auch weg ist. Ach, der läuft gar nicht weg. Ja, wie scheiße ist das denn? Ja, wie scheiße ist das denn? Okay.